Ich konnte gerade nicht zielen, äh, meine Maus ging, ging, nee, ging einfach nicht. Ich konnte nicht gerade so ruhig zielen, sag ich mal. Okay, ich jimm mich jetzt einfach an das Tor da hinten. Und versuche es so aufzubekommen. Ich glaube, das ist der einfachste Plan. Einfachste, was ich jetzt machen kann. Würde ich jetzt mal so behaupten. So, zack. Sie ist auf mich. Hier. Hier. Hallo. Los. Hä? Hier bin ich, Mann. Geh doch mal genauer. Warum ist das dein Ernst jetzt? Hallo? Ich stelle mich noch weiter hierin gerne. Los, jetzt aber hier. Hier hinten. Hier hinten. Ich glaube, die können nicht treffen. Ha. Vielleicht muss ich da hin und das dann irgendwie damit zerstören? Oder so? Ah, okay. Dann laufen wir mal da hin. Komm, das schaffen wir doch. Easy. Äh, wie komme ich denn da hin? Hier rüber? Ja. Hier rüber? Oh, lol, dass die mich nicht treffen. Lucky. Äh. Gar nicht. Und dem da drüben? Hier, wie komme ich auf das Gebäude da drüben? Okay. So nicht. Ah. So. Und jetzt? Irgendwie? Da oben muss ich aufs Dach kommen. Aber wie ist die Frage? Sehr gut. Erstmal hier hoch. Von hier aus dann hier hoch. Genau. Dann hier balancieren. Dort ran. Okay. Oh, lol. Hab ich gerade übersteuert? Ich hoffe nicht. Äh. Okay, wo ist das Katapult? Da. Hä? Hier hoch. Dann wieder hier hoch. Nein. Geh hoch. Geh hoch. So. Sind die noch da? Wer ist denn wieder da? Ach komm. Hier hin? Nee, gar nicht. Oh, lol. Wo kommst du denn her? Okay. Die brauchen ein paar Hits, um zerstört zu werden. Ähm. Ja, so gut. So komm ich hier wieder hin. Ah, toll. Nice. Hey, du. Geh weg. Genau. Immer schön weggehen. Komm mir nur nicht blöd, du. Ähm. Okay, vielleicht erst mal auch das Haus hier. Genau. Dann auch das Haus hier. Dann irgendwie da oben ran. Ich weiß nur nicht wie. Mit dem Haken hat's ja nicht funktioniert, ne? Warte. Ja, doch. Hä? Wieso hat das eben nicht funktioniert? Ist das dein Ernst? Mann. Okay, der Haken war schon mal eine gute Idee, aber ich fliege nicht hoch genug. Beziehungsweise nicht weit genug. Ähm. Ich muss mal hier aus, ne? Und dann Doppelsprung an der Wand machen oder so. Wieso hat das jetzt schon wieder nicht funktioniert? Willst du mich verarschen? Okay, komm ich irgendwie anders da hoch? Irgendwie anders? Hier Doppelsprung machen oder so? Nein. Sieh, was ihr nervt. Komm schon. Komm schon. Ich treffe einfach nicht. Ja, danke. Komm schon da. Und da hinten. Okay, jetzt aber. Ei, ei, ei. Muss irgendwie dort drauf kommen. Komme ich hier auf diese... Nein, ne? Nee. Okay. Von hier aus irgendwie? Ich hab auch keine Ahnung, ey. Vielleicht von dem Haus hier. Ja, doch klar. Hier sind doch Kletterbeile... Kletterbände. So. 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 Kein höher. Noch weiter höher? Nee. So. So, okay. Ja, jetzt aber. Oh, Mann, ey. Ah. Ich dachte, ich muss mit dem Seil hier hoch, ey. Oh, nee. Okay. Das hätte ich. Hilfe los. Das hätte ich auch. Oh. Oh. Habe ich alles? Ich muss das Tor niederreißen. So. Ähm. Ja. Das Tor war da. Gut, okay. Das ist vielleicht... Das muss reichen. Dann mal los. So dürfte gehen, oder? Yes. Hat funktioniert. Oh, 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 oh. So, dank... Ah, das Seil ist zu... Ah, okay. Zum Zurückgehen. Hopp. 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 Genau, hier lang. Ach, ja. Okay. Haben wir das auch endlich mal geschafft? Nein! Oh. Kein Ernst. Und wieder hochlaufen. Okay. Och, Mann, ey. War auch ne schwere Geburt grad, ne? Heilige Scheiße. Gut, Lagerbäuer. Nice. Sie haben ja nur einen Fähigkeitenpunkt, ne? Wie ich dich hier halten konnte, hatte ich dich fast verloren. Aber du hast gekämpft, wolltest leben, atmen, die winzigen Fäuste ballen und das Krankenhaus zusammenbrechen. Der schönste Lärm meines Lebens. Als ich in dieser Winternacht heimkam, briete ich mir ein Steak. Nur ich trank eine halbe Flasche Whisky, wollte Schneeschuhe aus Tennisschlägern basteln. Und, äh, schlief neben der Katze ein. Ich war so glücklich. Ich glaube... Ich sollte aufhören, das nochmal wegzudrücken. Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Einige Gebäude sind zerstört. Der Kampf hat sein Tribut gefordert. Aber der Großteil der Stadt ist noch intakt. Ich sehe keine Kisten oder so, also kann ich weitergehen. Kisten werden mir durch Betonwände und so angezeigt. Durch die Fähigkeit. Boah. Panzerbrechende... Uhuhu. Uhuhu. Nett. Äh, von wo? Von da oben. Oh Gott, geh weg. Oh Gott, oh Gott. Ihr habt doch Panzerbrechende Pfeile, oder nicht? Oh, meine Güte. Mensch, 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 Mensch. Guck mal, da oben noch einer. Upp. 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 Mann, bup. Wo kommst du denn her? Aja, 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 aja. Aja. Ich kann mit meiner Maus grad nicht umgehen, Alter. Basti. Was ist das? Oh, das war's. Jo. Okay. Du hast nicht viel Zeit, Lara. Du musst die Quelle vor ihnen erreichen. Ihr könnt nichts mehr tun. Bringt euch in Sicherheit. Keine Chance. Du brauchst uns ebenso sehr wie wir dich. Wir überlegen gemeinsam oder sterben allein. Geh jetzt. Hey, hier soll ich hin. Ja, exakt hier. Nice. Falte Beile. Oh, Leute. Da ist ein Abgrund. Puh. Äh. Ah, neues Relikt, wie es aussieht. Die Halskette einer Frau. Aus baltischem Bernstein. Unglaubliche Handwerkskunst. Sie muss eine Adeligen gehört haben. Ja, ich mag sein. Oh. Okay, da komm ich nicht rein. Alles klar. Uh. Kommen wir auch nicht durch. Okay. Ne. Sonst haben wir auch nichts mehr. Alles klar. Wieder zurück. Und dann. Jetzt hier hinlaufen. Mal gucken, wo wir hinschwingen. Ah, hier rüber. Das können wir aufmachen. Wo muss ich jetzt hin? Jetzt muss ich da hinten hin. Okay. Ah ja, da sehe ich das Katapult, glaube ich. Oh Gott. Oh Gott. Okay, was ist hiermit? Ich muss nach oben auf den Turm. Aber das Eis ist im Weg. Ah. 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 So, und jetzt nochmal von der Seite ausziehen. Glaube ich. Nicht? Ah. So. Aha. Ah. Interesting. Interesting. Da ranspringen. Noch ein Hörspringen. Jetzt dort ranspringen. Nein. Ähm. Oder auch nicht. Erstmal runterfallen. Das Ganze noch einmal versuchen. Zack. 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 Und. Zack. So, jetzt aber, oder? Zack. Ein Hörspringen. Noch ein Hörspringen. Einmal da hinspringen. Halt dich doch daran fest. Äh. 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 Dein Ernst. Lara. Ich glaub meine Cam hat. Hatte mich grad nicht mehr im Fokus. Daaa. Daaa. Hä? So. Oh. So, jetzt aber. Da ranspringen. Dort hochspringen. Dort hochspringen. Dort. Danke. Ah. Okay. Ähm. Wo muss ich denn hinballern? Da hinten. Okay. Gut. Äh. So. Hier dürfte eigentlich reichen, oder? Oh. Da ist ein Hindernis. Das muss ich aus dem Weg schaffen. Ja. Oh. Geht von hier aus nicht. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal drehen muss jetzt. Oder ob ich das einfach von dort machen kann. Aber ich glaub da komm ich gar nicht rauf, ne? Ne. So aussieht scheint das nicht so. Ah. Okay. Also nochmal drehen. Oder? Ach. Ah. Moment. Ich glaub ich hab ne Idee. So. Stopp. Von hier aus jetzt. Dort rüber. So. Komm. 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 Genau. Hier wieder hoch. Und dann drehen bis es kaputt geht. Das ging schnell. Hat geklappt. Jetzt kümmere ich mich um das Tor. Jo. Guter Plan. Ähm. Reicht. Ja. 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 Dürfte funktionieren. Einmal getroffen. Och ne. Nee. Ist das deine Ernte? Passt durch. Nur noch ein Schuss. Ach. 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 Ach.